Hallo zusammen und herzlich willkommen bei meinem neuen Tutorial. Dies ist das zweite Tutorial zu dem Programm MKV Toolnix und zwar zu der Version 9.8.0. Ich wurde nämlich vor kurzem aufmerksam gemacht, dass die alte Version leider nicht mehr so aktuell ist und erkläre euch hier, wie ihr das dann letzten Endes mit der neuen Version aufteilt. Ja, mit MKV Toolnix könnt ihr zum Beispiel Filme, Audiodateien etc. pp. aufteilen, damit die Dateien nicht mehr so groß sind. Ich habe zum Beispiel hier einen Film, der hat eine Größe von 4,64 GB und daher möchte ich ihn natürlich dann in zwei Teilen aufteilen, sodass ich ihn dann auch auf externen Festplatten oder sonstiges oder auf CDs bringen kann oder weiß der Geier. Ja, das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie vorher auch. Ihr zieht einfach nur eine Datei hier in das Programm rein. In diesem Fall ist es der Film Payback. Dann geht ihr hier oben auf Ausgabe. Dann geht ihr auf Aufteilungsmodus, nach gewisser Größe aufteilen oder gewisser Dauer. Das könnt ihr so machen, wie ihr möchtet. Ich mache immer nach gewisser Größe aufteilen, sondern sind natürlich auch schon vorgefertigte Größen. Hier haben wir dann 1 GB, 4 GB, 8 GB oder eben 600 MB, 300 MB, 700 MB. Aber ich bevorzuge immer momentan 3000 MB, also 3 GB. So, dann könnt ihr noch sagen, wo das Ganze hinkommen soll. In meinem Fall wäre das dann auf dem Desktop. Dann klickt ihr einfach Multiplexen starten. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Wenn der Film dann zu Ende ist, habt ihr den Film geschnitten. Ihr habt dann anstatt einem großen Film zwei kleinere Filme, beziehungsweise anstatt eines 4, 5, 6, 7 GB großen, habt ihr dann zwei Hälften in 3 GB oder wie ihr das halt auch möchtet. Ja, den Fortschritt könnt ihr hier unten natürlich sehen. Wir sind jetzt bei 27% und bei 100% habt ihr das geschafft. Und wenn ihr dann einen neuen Film schneiden möchtet, dann empfehle ich euch einfach natürlich das Programm erst zu schließen und da neu aufzumachen. Ihr könnt es natürlich auch über den Umweg machen, aber ich empfehle immer die Programme noch zu schließen, neu aufzumachen. Und dann habt ihr zumindest nichts mehr von einem Vorgängerprogramm, beziehungsweise von dem Vorgängervideo in eurem Programm integriert. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig alles mögliche in die Kommentare bitte. Einen Daumen nach oben, darüber freut mich sowieso immer, wie ihr wisst. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Programm und sowieso auch viel Spaß mit den Filmen und bedanke mich. Bye, bye!